was geht ab ihr ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen ankündigungsvideo zu einem livestream und wie man schon im hintergrund sehen kann steht da fett und deutlich titanfall 2 genau das werde ich auch heute abend stream um 22 uhr 20 ungefähr werde ich anfangen und dann werde ich mit euch zusammen ein bisschen die story spielen ich weiß nicht ob wir die ganz durchspielen werden oder nicht das hängt davon ab wie lange die geht denn eigentlich ist man so gewohnt so fünf bis sechs stunden von solchen spielen battlefield zählt ja auch ein bisschen mit rein und cod da liegt das augenmerk ein bisschen mehr auf dem multiplayer als auf der story deswegen sind da immer so fünf sechs sieben stunden eingeplant und wenn wir dann so 22 uhr 20 anfangen fünf stunden gehen sechs wird schon gleich kritisch 7 dann haben wir jetzt dann harte sitzen wir dann noch um fünf uhr morgens deswegen wir werden mal gucken wie lange wir das machen aber auf jeden fall so fünf stunden sollten auf jeden fall drin sein und dann mal gucken wer von euch noch dabei ist und sich dann das noch mit gibt und dann gucken wir mal wie lange wir da noch machen ja wo wird gestreamt ich werde auf youtube stream also braucht ihr nichts genaues eingeben oder so einfach dann auf meinen kanal gehen da wird das dann auch als neuestes also ganz oben bei euch angezeigt dass ich momentan streame und ja wie gesagt so ungefähr 22 uhr 20 dann habe ich da noch ein kleines luftpuffer denn ab 22 uhr hätte theoretisch zeit aber dass ich da halt noch einmal kurz alles vorbereiten kann und alles und dann fangen wir da an um 22 uhr 20 heute am freitag 28 10 das spiel zu spielen zu streamen die story und ich hoffe ihr seid mit dabei tschüss und hoffentlich sehen wir uns bis zum nächsten Mal